Bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry, 33, und seiner Mekan, 36, waren am Samstag jede Menge Promis vor Ort. Amal und Georg Lonei, Viktoria und David Beckham, Oprah Winfrey, Tom Hardy, James Corden, Edith Elba, Bianca Cobra und die ehemaligen Suits, Kustais der Braut waren zum Beispiel unter den Gästen. Auch Tenniskinseriener Williams, 36, warf sich in einem schicken Kleid in Altrosa in Schale und wurde von Ehemann Alexis Ohanian, 35, begleitet. Erfahren Sie mehr über Tenniskinseriener Williams im Buch, My Life, Queen of the Court, gleich hier bestellen. Der Reddit-Gründer veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto seiner Familie vor der Trauung auf Schloss Binzer. Ebenfalls auf dem Bild zu sehen, dass der 35-Jährige lediglich mit einem Kronen-Emoji kommentierte, Alexis Olympia Ohanian Jr., die 8 Monate alte Tochter des Paares. Ebenfalls auf dem Bild zu sehen, dass der 35-Jährige lediglich mit einem Kronen-Emoji kommentiert wurde,